Alle beschichteten Pfannen funktionieren die ersten paar Male gut. Aber beim hundertsten Mal, beim fünfundatsten oder gar eintausendsten Mal? Nicht alle beschichteten Pfannen sind gleich. Wir stellen Ihnen die Starlift Jade vor, die Pfanne, die auch nach tausend Einsätzen genauso gut funktioniert wie beim allerersten Mal. Jade ist ein revolutionäres neues Kochgeschirr, das mit der Stärke und den antibakteriellen Eigenschaften einer super glatten, jadepolierten Edelsteinoberfläche ausgestattet ist. Und Ihnen die beste Antihaftwirkung auf dem Markt bietet. So fortschrittlich, dass Sie keine zusätzlichen Fette, Butter oder Öle benötigen. Alles gleitet einfach so heraus. So wird Ihr Essen nicht nur besser schmecken, sondern auch gesünder sein. Die Ingenieure von Starlift haben Aluminium und Stahl im Kern dieses einzigartigen Kochgeschirrs verschmolzen. Sodass es auf jeder Kochfläche funktioniert, ob Elektro, Gas oder sogar Induktionsherd. Und dann einen der wertvollsten Edelsteine der Welt verwendet. Die ultraglatte Oberfläche besteht aus festen Jade-Partikeln, die abriebfest sind, nicht abblättern und Ihnen das ultimative Antihaft-Kochgeschirr bieten. Jade mit Edelsteingleichem Glanz. Wie beim Seerosen-Effekt kann nichts die hochglanzpolierte Oberfläche von Jade durchdringen, sodass nichts haften bleibt. Apropos Haltbarkeit. Bleiben Sie dran, um zu sehen, wie wir die Antihaftbeschichtete Oberfläche von Jade einigen der härtesten Tests unterzogen haben, die man sich vorstellen kann. Sie wird ein Leben lang halten. Garantiert. Starlift Jade gibt es in den Größen 20, 24 und 28 Zentimeter. Wir geben Ihnen sogar dieses Rezeptbuch mit fettfreien Gerichten für gesunde Gourmetgerichte, die Sie mit Jade zubereiten können, ohne auf Preis dazu. Sie erhalten die superglatte, kostbare Edelsteinoberfläche von Jade. Untertitelung des ZDF für funk, 2017